Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie man überprüfen kann, ob eine Funktion symmetrisch ist. Ist eine Funktion achsensymmetrisch, sieht also so in dieser Form aus, dann gilt diese Gleichung hier für diese Funktion, also f von x gleich f von minus x. Ist sie punktsymmetrisch, muss sie diese Gleichung hier erfüllen. Der einzige Unterschied ist dieses Mini-Minus-Zeichen hier. Also passt da immer echt richtig auf, welche Funktion ihr da zeigt. Das ist der einzige Unterschied. Erfüllt sie weder diese Gleichung noch diese Gleichung, dann liegt keine einfache Symmetrie vor. Und das wollen wir jetzt einfach mal überprüfen. Denn oft hat man ja gar nicht den Graphen der Funktion, dann sieht man das nicht und soll es dann einfach rechnerisch zeigen. Wir müssten am Anfang uns festlegen, ob wir Achsensymmetrie oder Punktsymmetrie zeigen wollen, weil wenn wir jetzt hier zum Beispiel, ich sage es euch schon mal, die ist achsensymmetrisch, wenn wir da jetzt zuerst die Formel für die Punktsymmetrie überprüfen, dann haben wir die Rechnung umsonst gemacht. Also wäre es schon ganz gut, dass man eine Vermutung hat. Hier sind alle Hochzahlen gerade. Also wenn gerade Hochzahlen vorkommen, auch hier hinten bei der 5, da steht eigentlich noch so ein x hoch 0, auch die 0 zählt als gerade, wenn die alle gerade sind, bei einem Polynom, dann ist die Funktion sowieso achsensymmetrisch. Also ab und zu reicht es, dass ihr bei eurem Lehrer dann sagt, die Hochzahlen sind alle gerade, da liegt Achsensymmetrie vor und die wollen dann das mit der Formel gar nicht mehr sehen. Aber wir werden es jetzt trotzdem mit dieser Formel zeigen. Also wir vermuten Achsensymmetrie und beweisen das jetzt auch. Wir wollen zeigen, f von x ist dasselbe wie f von minus x. Dazu, f von x steht ja schon da, jetzt müssen wir nur noch f von minus x bilden und dann müssen die letztendlich gleich sein. Dann machen wir das nochmal. f von minus x bedeutet, für jedes x, das ihr hier in der Gleichung findet, setzt ihr minus x ein und schön in Klammern immer einsetzen. Dann steht da 4 mal. Jetzt statt dem x eben das minus x einsetzen und dann hoch 6. Danach kommt 3 mal und jetzt auch wieder statt dem x ein minus x einsetzen. Und hier hinten stand ja nur die plus 5. Dieses x hoch 0 stand da ja gar nicht. Dann schreiben wir da einfach nur dieses plus 5 hin. Und jetzt vereinfachen wir das ein bisschen. Immer im Hinterkopf haben, wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollen zeigen, dass das dasselbe ist wie f von x. Also wie das da. Dazu müssten wir alle Minusse weg. Kriegen wir die weg? Minus x hoch... Oh, ich habe hier das Quadrat vergessen. Minus x hoch eine gerade Zahl. Gerade Zahlen sorgen dafür, dass da sowieso positive Zahlen rauskommen. Also das Minus, was hier drin ist, muss ich nicht hinschreiben. Ich kann auch einfach nur 4 mal x hoch 6 hinschreiben, weil das Minus hoch eine gerade Zahl wegfällt. Genauso hier bei dem Teil. Da ist das Minus x zum Quadrat. Das ist dasselbe wie x Quadrat, weil das eine gerade Hochzahl ist und hinten die 5 dazu. Immer wieder vergleichen mit dem vorherigen. Und jetzt sehen wir, das Ding ist komplett gleich. Also das ist f von x. Und das war schon der Mini-Beweis, dass f von minus x dasselbe ist wie f von x. Und damit ist diese Funktion hier oben achsensymmetrisch. Also so einfach kann es gehen. Schauen wir uns das mal beim nächsten Beispiel an. Da haben wir jetzt, oder was auffällig ist, dass da ungerade Hochzahlen sind. Und da vermuten wir dann Punktsymmetrie. Auch hier sage ich es euch schon mal vorher. Sie ist punktsymmetrisch, denn alle Hochzahlen, auch hier hinten, sind ungerade. Also bei Polynomen, da dürfen keine Brüche noch drin sein. Dann geht es nicht mehr. Aber bei so Polynomen, wenn alle Hochzahlen ungerade sind, dann ist die Funktion punktsymmetrisch. Also f von x ist, oder minus f von x ist dasselbe wie f von minus x. So. Auch hier starten wir mit f von minus x, weil f von x an sich steht ja schon da. Wir bilden jetzt erstmal f von minus x, um zu gucken, wie das Ding überhaupt aussieht. Für jedes x, das da drin steht, setzen wir minus x schön in Klammern ein und rechnen hoch 7. Dann 4 mal minus x hoch 3. Und hier hinten noch, auch für dieses x wird minus x eingesetzt. Jetzt haben wir hier ungerade Hochzahlen. Das heißt, dieses Minus bleibt auf jeden Fall da, weil Minus hoch, was Ungerades, bleibt Minus. Also muss das Minus gar nicht hier mit dem x in die Klammern. Das bleibt sowieso da. Das können wir auch vorne dran schreiben. Also hier können wir das Minus vorne dran ziehen und das so schreiben. Und genauso hier, sobald wir was Hochungerades haben, bleibt das Minus auf jeden Fall da. Das heißt, aus diesem Plus wird auch ein Minus. Und auch hier hinten, Plus minus x ist ja klar, das ist dann minus x. Jetzt haben wir in jedem Teil ein Minus drin. Im Vergleich zu dem, also wir müssen immer gucken, wo wir herkamen, da sind überall Plusse, hier sind überall Minusse. Das heißt, wir können mal ein Minus ausklammern. Dann ändern sich alle Vorzeichen. Also aus dem Minus 5 wird ein 5x hoch 7. Aus dem Minus 4 wird ein Plus 4x hoch 3. Und aus dem Minus x wird ein Plus x. Und wenn wir das jetzt mal wieder vergleichen, denkt immer dran, ihr müsst es immer mit dem f von x vergleichen, dann steht das Minus da. Und das Ding da ist doch genau unser f von x. Also jetzt haben wir genau das gezeigt, dass f von Minus x ist gleich Minus f von x. Und deswegen ist das Ding jetzt punktsymmetrisch. Okay, dann schauen wir uns das nächste Beispiel an. Auch hier müssen wir zuerst eine Vermutung aufstellen, was wir zeigen wollen, Punktsymmetrie oder Achsensymmetrie. Oben sind jetzt nur ungerade Exponenten. Unten ist eine gerade Exponent. Wir probieren es einfach mal mit Punktsymmetrie. Also Minus f von x gleich f von Minus x. Kann ja auch sein, dass keine Symmetrie vorliegt. Kann passieren. Und müssen wir trotzdem beide testen. Und wenn beide nicht funktionieren, dann haben wir, wie gesagt, keine Symmetrie. Okay, dann bilden wir wie immer erst mal f von Minus x und schauen uns das mal an. Für jedes x, das habt ihr jetzt eben schon gesehen, setzen wir Minus x ein und schauen mal, was passiert. So, unten auch für das x, was da ist, Minus x eingesetzt. Wir haben jetzt eben schon gesehen, sobald die Hochzahlen ungerade sind, können wir das Minus auch vorne dran schreiben. Dann steht da Minus 8x hoch 5. Und auch hier eine ungerade Hochzahl. Dann wird das zu einem Minus 2x hoch 3. Und unten, da ist eine gerade Hochzahl, da verschwindet das Minus ja komplett. Also da steht dann nur x Quadrat plus 1. So, vergleichen wir das wieder mit dem Ursprungsteil, also mit der Funktion. Dann unten im Nenner, der ist gleich. Und oben, da waren hier Plus und Plus und hier Minus und Minus. Das ist gar nicht schlecht. Wir können dann mal das Minus ausklammern. Dann steht da 8x hoch 5 nur noch plus 2x hoch 3. Und unten steht das x Quadrat plus 1 immer noch. Jetzt haben wir genau das, was wir eigentlich wollen. Das Minus, das steht ja vor diesem ganzen Bruch im Grunde. Also ihr könnt es auch hier vorne dran schreiben, wenn ihr wollt. Dann steht da das Minus. Und dieser ganze Bruch, das ist die Ursprungsfunktion. Das ist das f von x. Und jetzt steht hier schon wieder f von minus x gleich minus f von x. Das Ding ist punktsymmetrisch. Aber nicht alle Funktionen sehen so aus. Es gibt zum Beispiel auch sowas. Sinus von x. Was vermuten wir hier? Wenn ihr wisst, wie die Funktion aussieht, vermuten wir auch hier Punktsymmetrie. Also wir wollen Minus f von x gleich f von minus x zeigen. Auch hier bilden wir zuerst f von minus x. Also ihr seht, das Vorgehen ist immer gleich. Und schauen mal, was passiert. Wir haben also Sinus von, für das x setzen wir minus x ein. Dann steht da Sinus von minus x. Jetzt muss man ein paar Regeln zum Sinus kennen. Sinus von minus x kann man auch anders schreiben, nämlich als Minus Sinus von x. Na, das ist ja jetzt echt super. Denn jetzt steht schon wieder das Minus vor unserer eigentlichen f von x-Funktion. Und da haben wir es jetzt schon wieder geschafft zu zeigen, dass f von minus x dasselbe ist wie minus f von x. Und die Funktion ist punktsymmetrisch. Was passiert bei der e-Funktion? e hoch x. Wisst ihr bestimmt alle, dass das Ding so aussieht. Das hat keine Symmetrie. Aber lasst uns das einfach mal zeigen. f von minus x bilden wir mal. Das brauchen wir für beide. Also ob wir jetzt Achsensymmetrie oder Punktsymmetrie zeigen wollen, wir brauchen auf jeden Fall f von minus x. Für das x setzen wir minus x ein. Dann steht da e hoch minus x. Und schon ist es eigentlich vorbei. Denn Achsensymmetrie haben wir keine, weil sonst müsste f von minus x dasselbe sein wie f von x. Also e hoch x muss dasselbe sein wie e hoch minus x. Und das geht gar nicht. Also man kann da ja gar nichts weiter umformen. Da ist nichts möglich. Die sind einfach nicht gleich. Und für Punktsymmetrie bräuchten wir, dass f von minus x dasselbe ist wie minus f von x. Aber lasst uns mal minus f von x bilden. Das bedeutet einfach nur, dass wir f von x einmal mit einem Minus noch vorne dran schreiben. Das wäre minus e hoch x. Und das ist auch nicht dasselbe. Obwohl da Minusse natürlich vorkommen, aber die kommen an unterschiedlichen Stellen ran. Also ist es einfach nicht dasselbe. Und deswegen haben wir hier keine Symmetrie. Und so kann man eben bei diesen ganzen Sachen vorgehen. Ihr seht, dass man immer f von minus x berechnet und dann schaut, ob man einen Zusammenhang herstellen kann zu der ursprünglichen Funktion. Gelingt es nicht, dann ist einfach keine Symmetrie da.